Musik Schwarzkümmel war historisch gesehen eines der beliebtesten Kräuter in der Medizin und ist das wissenschaftlich am besten erforschte Kraut. Dieser Samen, der unserem Körper mit seinem reichen Wirkstoffpool unglaubliche Vorteile bietet, ist gut für viele Stoffwechselerkrankungen. Was sind die Vorteile des Konsums von Schwarzkümmel, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des Verzehrs eines Löffels Schwarzkümmel pro Tag? Dieser Samen enthält gesunde Fette wie Omega 3, das die Herzgesundheit schützt. Es ist eine sehr gute Quelle für Folsäure. Auch Schwarzkümmel enthält Beinwell als ätherisches Öl. Es ist reich an B1, B2, B6, Niacin, Eisen, Kalzium, Zink, Selen und Magnesium. Fettsäuren tragen dazu bei, den Gehalt an gutem Cholesterin im Körper zu erhöhen und gleichzeitig den Gehalt an schlechtem Cholesterin zu senken. Die darin enthaltenen Phytosterolstoffe reduzieren die Entstehung von Entzündungen im Körper. Es ist auch sehr wichtig für unsere Lebergesundheit. Die Leber ist ein Organ, das unseren gesamten Körper reinigt. Wer reinigt also die Leber? Natürlich Schwarzkümmel. Mit den enthaltenen toxinreduzierenden Substanzen übernimmt es sehr wichtige Aufgaben für die richtige Reinigung nicht nur der Leber, sondern auch aller anderen Organstrukturen. Andererseits verbessert dieser Samen die Glucosetoleranz genauso effizient wie Metformin. Es hat einen sehr hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, die die Menge an Zucker in ihrem Blut ausgleichen und die Art und Weise kontrollieren, wie es vom Körper verwendet wird. Bei Menschen, die Probleme mit einem Blutzuckerungleichgewicht haben, werden Zuckerpartikel, die normalerweise nach den Mahlzeiten auftreten, unbrauchbar, indem sie unangemessene Bindungen mit Proteinsubstanzen im Körper eingehen. Dieser Vorgang wird in der Medizin als Glykation bezeichnet. Die Antioxidantien in Schwarzkümmel verlangsamen den Glykationsprozess, indem sie mit nützlichen Fettsäuren zusammenarbeiten. Auf diese Weise übernimmt es sehr wichtige Aufgaben bei der Kontrolle des Blutzuckers. Andererseits ist dieser Nährstoff eine gute Quelle für unlösliche Ballaststoffe, die wasserunlöslich sind und nach dem Verzehr im Verdauungstrakt verbleiben. Unlösliche Ballaststoffe absorbieren überschüssiges Wasser im Darm und fördern das Wachstum probiotischer Bakterien. Die darin enthaltenen Ballaststoffe und Polysaccharide schützen die Darmflora und entlasten alle Verdauungsfunktionen. Die enthaltene Folsäure verbessert alle Magenfunktionen, indem sie die Bildung von Helicobacter pylori verhindert, der Probleme wie Gastritis verursacht. Wenn ein Löffel Schwarzkümmel verzehrt wird, dauert es etwa 7 bis 8 Stunden, bis er vollständig verdaut ist. Während dieser Zeit wird es langsam an das Blutgewebe abgegeben, wodurch die Sättigungszeit verlängert und die Aufnahme von Zucker verlangsamt wird. Gleichzeitig enthält Schwarzkümmel Thiamin und Kalium, das die Zellstruktur schützt. Diese Verbindungen, die versuchen, Gehirnerkrankungen vorzubeugen und sehr wichtige gesundheitliche Vorteile haben, Bekämpfen auch Stressdepressionen, die durch einen niedrigen Serotonin- und Epinephrinspiegel verursacht werden. Darüber hinaus erhöhen Verbindungen wie Eisen, Calcium und Magnesium im Wesentlichen die Widerstandskraft des Körpers, indem sie die Aktivitäten des Immunsystems erleichtern. Sie bekämpfen kranke Strukturen, die Prozesse übernehmen, bei denen das Immunsystem durch Viren und Bakterien geschwächt wird. Gibt es also irgendeinen Schaden in einem Samen, der so nützlich ist? Zu allererst gibt es unter den Verbindungen, die heute von der medizinischen Welt verwendet werden, auch Schwarzkümmel-Extrakt. Daher ist es wahrscheinlich, dass es mit einigen Medikamenten interagiert. Konsultieren Sie Ihren Art, bevor Sie Leinsamen, Schwarzkümmel und ähnliche starke Nahrungsergänzungsmittel zu Ihrer Ernährung hinzufügen, insbesondere wenn Sie Medikamente haben, die Sie ständig einnehmen müssen. Darüber hinaus ist Schwarzkümmel ein Samen, der auf kontrollierte Weise konsumiert werden sollte. Dieses Lebensmittel, das sehr wichtige Auswirkungen auf unsere Magen- und Darmgesundheit hat, kann aufgrund seiner schwammigen Struktur und seines Ballaststoffgehalts einige Beschwerden im Verdauungssystem, einschließlich Magen und Darm, verursachen, wenn es in kurzer Zeit in großen Mengen verzehrt wird. Also wie viel Schwarzkümmel sollte konsumiert werden? Heute ist dieses Samenöl in Pulver- und Tablettenform erhältlich. Experten empfehlen, an 4 bis 5 Tagen in der Woche einen Teelöffel Muffins zu verzehren. Angesicht dieser Informationen können Sie Schwarzkümmel zu Ihrem Ernährungsprogramm hinzufügen und von seinen langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert.